Musik Ich bin doch kein Künstler. Wir haben mich jemals Handwerker begriffen, weil die Kunst nämlich am Ende ist. Genauso am Ende wie die ganze Gesellschaft. Die Kunst ist genauso kaputt wie die EU und die Demokratie. Wir können doch nicht zu einem Künstler kommen, von dem wir wissen, dass er weltweit für seinen unbeugsamen Charakter berühmt ist und dann erwarten, dass er für uns den perfekten Gastgeber spielt. Musik Ich fühle mich hier unter Niveau beschäftigt. Wenn ich schon beschimpft werde, dann anders. Musik 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 Musik